Hier hat wohl einer ins Gehirn geschissen. Warum? Na, wenn die uns da oben erkennen, schnappen sie uns doch. Dann müssen die doch viel früher aufstehen. Was kann schon passieren? Ich kenne die Brüder. Die nehmen das Mädchen jetzt in die Zange. Hoffentlich sinkt sie nicht. Darum sind wir ja hier. Ich muss ihr ein paar Worte zuflüstern. Moralische Unterstützung, falls ihr wisst, was das ist. Los, bleib hier und peil die Lage. Am Ende machst du dir da oben noch in die Hose und dir riechen das. Bei deinem lieben Herrn Richter gewesen? Ach, du spinnst ja. Also darum hat es mit dem Geld nicht geklappt. Verknallten ihn, ha? Ich habe gewartet auf dich. Warum bist du nicht gekommen? Ich will nicht mehr, Kurt. Nicht mehr so. Oh, Kurt. Wir müssen morgen nach dir verschwinden. Kommst du mit? Ich kann nicht. Ich bin im Heim. War dann übermorgen. Aber ich... Du kommst mit.